Hallo zusammen, nächster Trailer hier wieder beim Einreden, Einsprechen. Es ist wieder einiges drin. Klar, PCR-Test, Massenexperiment, schwere Nebenwirkungen durch die Impfung. Sachsen-Hotspots, eine möglicherweise komplette Abregelung, ein, ich weiß gar nicht, ob man einen harten Lockdown noch in Worten toppen kann und vieles mehr. Und ihr könnt euch ja auch noch erinnern, dass da im österreichischen Parlament da ein Mensch da so einen Test durchgeführt hat mit Cola, wo dann der Corona-Test positiv ausgefallen ist. Und deswegen habe ich das jetzt hier auch extra einblenden lassen von ProSiebenSat.1 hat man jetzt versucht, das zu widerlegen. Also nochmal, ist einiges drin. Zuschauen bei VK, Zuschauen bei BitChute, die sich den Trailer bei WignusTV aufrufen, den entsprechenden Link kopieren, zur Lieblingsplattform gelangen. Und dann sehen wir uns vielleicht und hören uns vielleicht gleich wieder. Tschüss.